Hätte ich morgens schon gewusst, wie dieser Tag ausgeht, wäre ich mit Sicherheit im Bett geblieben. Denn Toto und ich wollten nicht einfach nur auf Hecht angeln, sondern für denjenigen, der schlechter fischt, auch eine Bestrafung parat haben. Bei mir gingen zwar auch einige gute Fische drauf, allerdings konnte ich den 80 cm langen Hecht von Toto leider nicht toppen. Was soll die Bestrafung für die nächste Challenge sein?